Willkommen zurück bei Shadow Gambit. Dieser Anker hat den Zug der Tiefen. Ja, freut mich. So, wo waren wir? Ah ja, richtig. Wir wollten hier... Da ist er, der Schlüssel. Und ich weiß immer noch nicht, wo der dritte ist. Gut. Wie mache ich denn das jetzt? Ich wusste, es wird so kommen. Das wusstest du. Okay. Steht hier noch einer, wa? Ne, ist ne Tür. Ja, geht. Wer hat erstmal den Typen, der hier... Immer um die Ecke läuft. Umlegen. Den da. Ja. Ja, ist nicht zu schulden. Mein Urteil ist endgültig. Sagen. Das Feuer hat mich zu dir geladen. Berechne. Berichtige. Träume die Traum. Das Feuer lächst dir. Das Feuer wird mich zu dir geladen. Bevor ich dich richte. Abscheuliches Gebüsch. Ha! Ich kann dein verwesstes Fleisch schon riechen. Das Urteil der Meid erwartet dich, Kreatur. Möge dein Kadaver dem Scheiterhaufen Nahrung geben. Der da würde mich noch interessieren. Mensura, Calcula, Rektifika. Möge das Schicksal unser Richter sein. Wie viel Zeit ist verstrichen? Nicht genug. Ich hätte gern mal Pfeil wieder. Dicho y Jetscho. Der beste Teil von mir. Tschüss. So. Die Krähe fliegt. Wie kann man liebst du da oben den Alarm auslösen? Wie komme ich da hin? Krähe, Quervos. Ich bin so müde. Und dennoch müssen wir weitermachen. Nee. Dann gehen wir erstmal hier rein. Dann gehen wir erstmal hier rein. So. Hört ihr Metall singen, ruft mich. Aha. Der läuft bis da. Ja, hier. Fangen wir an, Kumar. Juki, Job für dich. Warte mal, ich werde mal abspeichern. Mist. Das wirst du nicht vergessen, oder? Mist. Das ist ja ein toller Trick. Mist. Der läuft hier rein? Ein Abenteuer. Gestammt wie eine Feder. Tschüss. Schneller. Ihr vergeudet Zeugbedingter. Ich bin nicht zu fassen. So. Gleich gibt's hier ein Alarm. Prüfen. Zert alle Verderbnis anzulegen. Solk ist der Weg. Hä? Genug. Oh, da rum ist ja auch einer. Du warst ein erwachsendes Kreatur. Mensura. Calcula. Mensura. Rektifika. 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 Du vergeudest kostbare Zeit, Piratenlumpen. Das Feuer lässt nach deiner formaldeiten Seele. Ha! Ich kann dein verweschtes Fleisch um mich. Ich komme auf Geheiß der Meid. Klar, komme. In den Staub vor mir. Miss. Oh, der Rechner. Noch immer stinkt es hier nach verdammt. Oh, wie sehr werde ich die Leute auf meiner Seele gestehen. Das klappt immer. Verdammert den Scheiterhaufen Nahrung geben. Die Tiefen haben sie verschlungen. Die Schatten sind vor unserem Eifer geflohen. Zu spät. Das macht Spaß. Wo läufst du hin? Trick und Tod. Das wird niemand vermissen, oder? Hör mal, Junge. Du störst mich. Er läuft hier rein. Er läuft da rein. Wir alle haben unseren Platz im großen Ganzen. Ich spüre keine Verderbtheit. Los geht's. So. Gut. Ich kenne jemanden, der gleich stirbt. Die Korsarin ist auf der Yacht. Ich werde den Weihrauch schwenken. Nichts Persönliches. Um die Sintflut zu tippen. Ich werde den Weihrauch schwenken. Schau her, Sensei. Der schüttelt als nächstes. Die Maid leitet das Herz. Kuschelt nicht mit ihnen. Du hättest mal hören sollen, was die so erzählen. Ja, guter Plan. Stellen wir eine Falle auf. Tschüss. Ach, Leute. Das Urteil der Maid erwartet dich, Kreatur. Ha! Ich kann dein verwestes Fleisch schon riechen. Das Feuer lächzt nach deiner vermalledeuten Seele. Die Schatten sind geflohen. Das große Ganze ist sicher. Nicht schneiden, sonst geht's ab in die Grube. So. Blitzschnell, messerscharf! Ist eine Weile her. Ja. Er kommt. Er kommt. Er läuft weg. Reicht die Zeit. Okay. Die kann ich auch ausknipsen. Er stellt ab. Läuft hier rüber. Und stirbt. Schneller! Ich habe keine Zeit mit ihm da. Wulch! Bitte fallen! Lise und geschwind! So. Das Feuer lächzt nach deiner vermalledeuten Seele. Das Urteil der Maid erwartet dich, Kreatur. Das Feuer kann lächzen. Überlasst es mir. Die Kletter noch rum! Über den Zorn der Maid, Pirat! Die Kletter noch hoch! Okay. Mein Urteil erwartet dich, Kreatur. Das Feuer wird mich zu dir geleiten. Miss! Berechne! Berichtige! Okay. Berechne! Berechne! Komm ich unter der Treppe irgendwo hin? Nein. Wie sehr werde ich die Läuterung deiner Seele genießen. Ich kann das. Hättest du wohl ein bisschen übrig. Nichts! Ach! Was für eine Zeitverschwendung! So. Wie weit guckt er? Seltsam? Nein! Ist nicht seltsam. Da ist niemand. Ja, gleich. Ich wusste es. Ja gut. Dann machen wir jetzt erstmal den hier. Es möchte, dass man sich erinnert. Überlasst es mir. Sehen lediglich ihre Pflichten. Spinnenfaden. Klar, komme. So. Tschüss. Mann, Yogi macht das jetzt so viel einfacher. Und. Flop. Eine Überraschung. Ach, da kriegt das nicht mehr mit. Okay. Ah, jetzt hat er nur noch einen Schlüssel übrig. Das heißt, ich kann hier gar nicht hochlaufen. Mist. Na ja, gut. Dann müsste ich mich auch komplett wieder drüber rum. Meine Seele ist rasiermesser scharf. Ach so, warte mal. Sieh an. Du bist ja außer Gefecht. Stimmt, da war was. Ach Mist. Kann ich ja gar nicht nutzen. Oh shit. Na gut, dann. Mein Blick reicht weit. Dann brauche ich mal deinen Blick. Ich hab's erlebt. Ich bete für die Seele. Ich bin deine Henkerin. Ich seh ich das. Warte mal. Bist du gerade von einer Seite gekommen? Na dann, bitteschön. Was springt für mich dabei heraus? Ah ja, gut. Ha! Ich kann dein verwestes Fleisch und Riech. So. Ihr macht jetzt mal schön brav Rektifika. Das große Ganze ist sicher. Ihr wisst aber, dass eure Inquisitorin tot ist, oder? Ich frag nur. Ist alles sinnlos, was ihr hier macht. Aber für mich hat es einen Sinn. Weil ich kriege da den Jester. Und du löst nicht meinen Alarm aus mit deinem Tod. So. Weiter müssen wir doch gar nicht mehr, wa? Da ist er unser. Okay, warte. Das heißt, wir holen als erstes den Pfeil. Fangen wir an, Kuma. Für verzweifelte Zeiten. So. Und als zweites... Zu Dienst. Musst du jetzt den Schlüssel holen. Wird erledigt. Wie jetzt? Mir gefällt's schon jetzt. Ein zweiter muss ich Schlüssel nehmen? Das ist ein Witz, oder? Wir analysieren unseren Gegner. Die Korsarin ist bereit. Dann habe ich hier nur noch einen mit Kräften. Die Korsarin sollte besser nicht angerührt werden. Okay, warte. Da ist ne Figur. Den Schlüssel haben wir. Ich kann das. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bleib ja da. Drei Schlüssel. Der zweite Schlüssel wartet, den haben wir. Der dritte Schlüssel. Im Dreck beim verderbten Land. Das heißt, du bist es nicht. Das innere der Schädel. Im Dreck beim verderbten Land. Das verderbte Land ist das hier. Okay. Wo ist die Zeit schon wieder hin? Hier muss irgendwo ne Statue sein. Da ist das. Im Dreck beim verderbten Land. Wo ist das? Lieber nicht vergessen. Ja, ja. Oh, eine Erinnerung. Ja, eine Erinnerung. Aber ich will wissen, wo das verderbte Land ist. Wie sieht die Figur von oben aus? Da ist eine Figur. Hier ist, nee, hier ist keine Figur. Wo ist denn das? Oh, wir nicht zuhören sollen. Ja, ja, wir wissen's. Im verderbten Land. Da. Nee. Wo soll denn das sein? Da ist ein Schlüssel. Ah, hier. Hier muss es sein. Und so wache ich über eine halbe abscheuliche Talmies, der das Feuer nicht wert ist. Da ist er. Ich hab ihn. Okay. Da komm ich hin. Ich muss hier unten lang. Hier rüber. Okay, ich hole erst den Schlüssel. Und dann verzichte ich auf meine Kräfte. Das heißt. Du und du. Die weiße Krähe ist bereit. So. Durch die Flammen. Durch die Flammen. Das schaffe ich. So. Und. Ei, hier. Ich bin nicht zu fassen. Ihr seid sehr beschäftigt, Freunde. Der sieht euch nicht. Der sieht euch. Oder auch nicht. Die bei Patrouillen. Er hier. Ich werde die umlegen. Erinnere dich an die Zwielichtkorsarin. Ja, also. Ein Abenteuer. Die Sitzung ist eröffnet. Ich kann sehen, wohin das führt. Blut wird fließen. Die. Und. Ja. Gutes Schwert. Das macht Spaß. Das Feuer verzitt. Zu mir. So, rein damit. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. ihn legen und er hat den schlüssel das klappt eingereicht zur revision okay also das macht sie hier verschaffen wir uns eine bessere übersicht ich kann sehen wohin das führst jetzt nein nein gut klappt das war los ja gut mehr zielübungen ja mehr zielübungen die jahre was mich wieder hinten vergessen eisernes urteil der tod kommt dir zu große ändere meine position geschwinde gerechtigkeit verschaffen wir uns eine bessere übersicht die zeiten die man in deckung jetzt kommen nämlich die beiden kollegen wieder diesmal hat geklappt ist das eine leiche ständig vermehrt sich die verkommenheit in verfluchte hände haben jenes leben geraubt flamme wapne mich eine leiche das feuer fliegt möge dein kadaver dem schalterhaufen nahrung geben rektifika so viele tricks das urteil der meid erwartet dich kreativik ziehre du mal hierher danke möge dein kadaver dem schalterhaufen nahrung geben das urteil ist klar berechne kommt bitte nicht in mein gebüsch oh jetzt sind die leiche da oben berechtige ich kann dann verwestes fleisch schon riechen es ist vollbracht der urteil ist endgültig wir müssen ins meer zurück ach shit ihr sollt nach hause gehen das feuer wird mich zu dir geleiten komm raus übers meer das feuer lächzt nach deiner vermalen deiten seelah möge dein kadaver dem scheiterhaufen nahrung abenteuer berechne berichtige krisura kalkula dieser busch dort kommt mir nein der busch ist hier nicht verdächtig mein blick reicht weit das klappt nicht ich hab's erlebt miss oder renne ich zurück ich hab's verbringst du das hat wie getan rosa bereit zum dienst hey du solltest pflicksal ich kann das verwestes fleisch schon riechen ja hier ich verrückt nix Hä, was denn? Hast du sie nicht umgelegt? Der sollte schon längst tot sein. Nein, nicht du auch noch. Mist. Mensch, soviel kann ich nicht mehr improvisieren. Nein! Vergesst es doch einfach. Nali bringt uns zurück. Vergesst es doch einfach. So. Ich kann sehen, wohin das führt. Wie hatte ich das gemacht? Erstens. Erstens. Zweitens. Nein, 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 nicht du. Nicht du. Verdammt nochmal. Warum klappt das diesmal nicht? Ja. Ich werde sie gleich irre. Okay. Die Sitzung ist eröffnet. Vicho Ietscho. Eisernes Urteil. Ein Schlag auf die Finger. Mein Trevel wiegt schwer. Für Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Das Urteil ist nah. Ach so. Du störst mich nicht mehr. Na, nimm zu, wo mal dein... Ach. Geschwindegerechtigkeit. So. Wieder in die Bresche. Was haben wir denn da? Nein. Kann doch nicht wahr sein. Eingereicht zur Revision. Die Krähe fliegt. Jetzt kommt die bei Kasper Köppel. So. Durch die Flammen. Gut. Also. Arschenes Urteil. Warte, ich speichere. Also. Erstens. Ein Zeugnis der Vergangenheit. Ich hab's erlebt. Ich bin deine Henkerin. So. Jetzt verpisse ich mich. Obwohl geschrieben steht, dass die Verlärmtheit... Weil die beiden, die jetzt nicht um die Ecke kommen, machen jetzt erstmal großen Alarm. Muss man sie im Auge behalten. So. Seltsam. Seltsam. Weil ich ein Toter... Wir treiben Halsabschneider, ihr Unwesen. Nee. Scharfschützen. Der Tod wandelt in unserer Mitte. Miss. Berechne. Berechne. Berechtige. Ha. Ich kann dein verwestes Fleisch schon riechen. Die Feuer wird mich zu dir geleiten. Den da oben interessiert es gar nicht. Miss. Berechne. Berechne. Berechtige. Okay. Wöge dein Kadaver dem Schalterhaufen nahm umgeben. Das Urteil der Maid erwartet dich, Kreatur. Ha. Ich kann dein verwestes Fleisch schon riechen. Eine Sekunde und tschüss. Ihr beide macht eine Patrouille. Ihr geht rüber. Ihr müsst uns mehr zurückgekehrt sein. So. Ihr lauft jetzt so weiter. Gut. Dreht euch um. Tag und Nacht wache ich. Verschaffen wir uns eine bessere Übersicht. Und warten wieder gesehen. Nein, nix. Du machst keinen Alarm. Da komme ich nicht dran. Leicht zu benutzen. Ach shit, dann erwische ich ja den. Möge das Schicksal unser Richter sein. Der auch. Fälsern. Lauf, 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 lauf. Ja, gut. Okay, also. Das wird immer noch wehtun. Tria, Quervos. Mit freundlichen Grüßen. Mein Urteil ist endgültig. So. Möge das Schicksal unser Richter sein. Jetzt kannst du hier rein. Die haben keinen Verdacht. Weil er ja da hinten liegt. Das heißt, ihr dreht euch um und verpisst euch. Asche für deine Augen. Ich kann sehen, wohin das führt. Ein kleiner Frevel. Lauf, 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 lauf. Die Stille senkt sich ab. Ein simples Wert. Ja, verdammt. Wie mache ich denn das? Erinnerung. Erinnerung. Ich will ja bloß hier durchlaufen. Ach, weißt du was. Komm mal her, Yugi. Die Korsarin ist bereit. Ach. Ich wollte mal den anderen Leuten... Ist der hier unten schon tot? Ja. Ich bin nicht zu fassen. So, hör mal. Wie machen wir das? Wie weit ist dein Pfeil? Ich schicke sie zu dir. Letz schnell. Nein, da ist nix. Ach, das ist der Kommissarius. Den kann ich ja nicht mal anlocken. Och Mann. Ihr nervt mich. Ja, da muss ich den erschießen. Noch am Atmen. Noch bei Verstand. Keine Gnade. Ja, dann sollen sie halt Alarm machen. Bis sie sich beruhigt haben. Dann schaffen wir uns eine Wette. Ein Urteil ist endgültig. So, Yuki, du auch weg. Oh, kinderleicht. So, da muss ich das so machen. So, jetzt kommen die beiden an. Machen einen Alarm. Überlass das mir. Seltsam. Gespannt wie eine Feder. Verfluchte Hände haben jenes Leben gelaubt. Ja, ja, verfluchte Hände. Renn mal da ein bisschen rum. Ich kann dann verweist das Fleisch schon riechen. Nach deiner vermaledeiten Seele. Miss, berechne, berichte, beleidigt. Möge dein Kadaver dem Scheiter auf Nahrung geben. Okay. Die fallen interessiert euch nicht, was? Zu dir geleidigt. Möge dein Kadaver dem Scheiterhaufen Nahrung geben. Schade. Ah doch. Der läuft jetzt hier rüber an sein Posten zurück. Wir haben sie zurück in die Tiefen gejagt. Hey, das ist doch. Ihr seid doch unfassbar. Dachte ich mir. Ja. Leise und geschwind. So, lauf mal weg. Wie weit guckst du? Siehst du was? Nein. Schau her, Sensei. Wach auf, kleine Falle. Ich bin kein Samurai. Hast du das gesehen, Kuma? Los geht's. Ja. Ich werde den Ballrauch schwenken und mit meiner Fackel... Ah, die kommt schon wieder zurück. Ich war gerade überlegen, ob ich den Pfeil hole. So, die sehen jetzt die Leiche und werden selber eine Leiche. Ah, nee, da liegt ja gar keine Leiche. Das war ja, äh, Yuki. Fünf. Wer stirbt nicht bei meinem Gewinne gehalten? Jetzt kommt er noch rum. Und nach? Teuer lechzt nach deiner formaledeiten Seele. Mein Urteil erwartet dich, Kreatur. Ja. Ich bin auf dein Urteil gespannt. Ich komme auf Geheiß der Maid in den Staub vor mir. So. Du vergeudest kostbare Zeitpiraten. Komm raus. Ich hab eigentlich geschaut. Mein Urteil erwartet dich, Kreatur. Ah, es hat nicht sollen sein. Die Schatten sind geflohen. Das große Ganze ist sicher. So. Er macht seine Patrouille weiter. Ständig vermehrt. Die Karsarin ist auf der Jagd. Die formaledeiten Dinge. Selbst wenn sie nur vom Fluche gestreift wurde. Das ist ja ein toller Trick. Für verzweifelte Zeiten. So, wo liegt das Ding? Da. Ach? Nein, nicht ach. Abenteuer. Wie viel Zeit ist verstrichen? Viel zu viel Zeit. Ich wusste, es wird so kommen. Ja. Eisernes Urteil. Der Tod kommt dir zu große. So. Beschrieben steht, dass die Verderbtheit ab einem bestimmten... Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Den hier kannst du einsammeln. Gut für den nächsten Schuss. Und jetzt... Wie viel Zeit? Leicht zu benutzen. Zwei gefunden? Einer fehlt noch. Ei. Aber der Fluch hat auch beim zweiten Schlüssel seine Wirkung getan. Ich hab's erlebt. Ja, hier. Trick und Tod. Wir müssen ja nur noch nach Hause. Ach nee, warte. Ich sollte erst den Ausgang öffnen. Sonst kann ich den ja gar nicht mehr ermorden. Haha. Falle. Wirbelstreich. Ja, guter Plan. Halt, nee, warte. Wir müssen ja zur Schatztruhe. Wir müssen ja zur Schatztruhe. Blitzschnell, Messerscharf. Okay, der neue da mach ich erst mal die beiden weg. Ich kann das. Spinnenfaden. Guck mal da. Deine Spuren im Sand. So. Ist eine Weile her. Ja, du hast recht. Ein kleines Andenken. So. Könntet ihr jetzt mal bitte euch beeilen? Wir wollen Feierabend machen. Ist schon 34. Und ich würde gerne heute fertig werden. Also, stirb mal bitte. Mach Alarm. Beruhige dich wieder. Nun denn. Wer war das? Was? Das Feuer wird mich zu dir geleiten. Das Urteil der Maid erwartet dich, Kreatur. Machst du alleine Alarm? Das Feuer wird mich zu dir geleiten. Überlass das mir. Ich kann dein verwestes Fleisch schon riechen. Pff. So gut ist deine Nase nicht, Freundchen. Miss. Berechne. Berichtige. Ich kann das. Aus deiner vermalledeiten Seele. Stellen wir eine Falle auf. Wach auf, Katana-san. Die Korsaren schlägt sie dazu. So. Das Feuer verzehrt sich nach uns. Zwei. Oh, hast du das gesehen? Und. Ich bin nicht zu fassen. Hört ihr Metall singen? Ruh mich. So, warte mal. Ich mach mal sicherheitshalber. Es möchte, dass man sich erinnert. So. Ich hätte gerne die Schlüssel. Leise und geschwind. Es möchte mitgenommen werden. Das wäre dann der Letzte. Kehrt zur Truhe zurück und öffnet sie. An eure Kräfte sollten dann wieder zu euch zurückkehren. Ja, guter Plan. Mädel. Wenn du mir jetzt die drei Leute hier... Ich bin bereit. Ausschaltest. Legen wir los, ja? Teresa. Bereit zum Dienst. Dann. Die Zukunft ruft. Obsidians Truhe öffnen. Ja. Yubi-A-He. Schädel-Feuerbahn. Okay. Risse. Achso, ich soll jetzt nach Hause. Und wieder in die Bresche. Gut. Dann würde ich sagen... Feierabend. Es ist vollbracht. Ich würde sagen, danke für Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann auf dem Schiff. Jo. Bis dahin. Macht's gut. Möge das Schicksal unser Richter sein. Und vor allem... See you later.